Moin Leute, willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute ein ganz anderes Video. Denn ich bin auf einem neuen Server, wo ich noch fast nie gespielt habe, oder noch nie in einem Video zumindest. Und zwar auf bausucht.net. Ich weiß, ganz viele von euch mögen den Server nicht so, aber ich habe ihn richtig ins Herz geschlossen, da ich gemerkt habe, dass er ähnlich ist wie Shrubby. Und ihr wisst, ich bin ein alter OG Shrubby-Spieler. Und ich liebe es auf, keine Ahnung, so Shrubby-mäßig zu spielen. Keine Ahnung, das war kein Wort, aber egal. Jedenfalls, ich spiele es auf Bausucht. Ich werde jetzt hier streamen, Videos machen und, und, und. Und zum Anfang dachte ich mir, ich weiß halt nicht, was ich zum Anfang machen will. Ich habe hier schon ein Haus gebaut. Vielleicht habe ich es schon gesehen. Aber ich habe hier ein Haus gebaut und so. Bin jetzt hier gleich am Aushöhlen und sonstige Sachen machen. Und ich dachte, zum Anfang ist es auch gut, wenn ich zwei Beacons verlose für euch. Weil dann könnt ihr euch auf Bausucht einleben. Seid vielleicht nicht gerade pleite. Und ich verlose halt zwei Beacons. Also einmal an den und einmal an den anderen. Wie ihr die Beacons gewinnen könnt. Hashtag Beacon in die Kommentare mit dem In-Game-Namen dahinter. Also halt, bei mir wäre es jetzt Hashtag Beacon Team-Time. Und dann absenden. Und nachher werde ich die Beacons euch in-game persönlich zubringen. Ich werde nicht extra noch ein Video darüber machen, weil es sind zwei Beacons. Ist fast nichts wert. Das ist doch schon halt. Aber es sind halt nur zwei Beacons. Ich werde ihn dann halt zu euch rüber bringen in-game. Und dann habt ihr zwei Beacons. Ich werde ihn sonst noch signieren, wenn ihr das wollt oder so. Juckt eh keinen, ob der ältesten Team-Time draufsteht. Aber ja, das war's schon mit dem Video. Ich wollte euch einfach sagen, dass ich jetzt auf Bausucht schippe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommt gerne beim nächsten Mal wieder vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Ciao, Leute. Und ich wünsche euch noch einen Tag.